Ist der jetzt weg oder nicht weg? Kann er zumindest nicht mehr sehen. Ein Do und ein Solo, aber da hinten läuft er. Klingt nach einem ganz normalen Wochenende. Aua, 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 die machen Aua. Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Oh, da ist nicht gut. Oh, der Solo. Verdammt, ey, ich habe den getroffen, aber der läuft direkt nach vorne. ich habe einen typen getroffen und genau da läuft der wolf davor brauchst du noch ein mini? komm her, hier kriegst du noch ein mini, kriegst du noch ein biggie oh danke ja, da war es immer noch nicht mein lied gespielt was ich dir gestern gegeben habe ich weiß, das war schon ne ewig das ist hier unten, das redet unter uns ich habe gerade sogar zettel geholt ich mute mich dann kurz mal, ok jawohl, episch mach das ja, aber ihr könnt so lange spielen jawohl, cheffin vielen dank, dass es uns erlaubt, dass wir spielen dürfen ja du bist so gnädig deine ein cooler ne den musst du dem auch bei tik tok machen kriegst du wenigstens mal klicks dein gordon musst du machen ne oder, das ist mir auch lustig ja, klar mach ich kein d das wäre auch lustig gordon macht fortnite tänze auf tik tok naja, dann ist der creator code schon wie geschenkt ohne witz naja, herrlich ich war nur fünf kids ja ja ja, keine gegenwärter wiederholen oha 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 mini oh mein gott ich den vor mir die kiste aufmachen ich seh diesen ja auch in nosen enemy spotted oh der schick holt der eine wir haben genug alter hoch ist aufschieb weg die waren ja da alle drei nur noch einer da bekommt jemand was zu tun beim schneiden jetzt einmal mitbauen und dann ab in vollgeist jetzt ist das jetzt auch mal das ist ja echt kaum weiter ist das eine runde zwei runden ich habe keine ahnung der eine ist rausgegangen der penner ja klar also die 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 und ein er äh äh wir haben 70 Punkten jawohl ja wir stehen ja gerade bei 12 das war dumm, das war Ruhe ja ok wir sind drin ich mach schon mal mal stream Raiden am Hamster wer heißt der? jetzt kann ich gleich 2 Leben in einer Ecke im 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 6 9 8 Das war's. Oh, das kommt dann! Facken Sohrax! Ah, das könnte ich vielleicht schon mal noch schaffen. Dann muss man einfach nur schnell sein. Er ist nicht der Schnellste. Dann ist er auch noch ein bisschen langsamer. Ja, aber seine Schläge sind Gott hier nicht von schlechten Eltern. Ja, das schaffe ich, das schaffe ich noch. Denn ein Leben, das könnte reichen. Jetzt sollte er noch seine ganze Truppe hier, ey. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Jawohl, da ist er weg! Da ist er weg! Cowabunga! Ja. Seit so circa zwei Jahren. Ja, okay. Ich war da erst mal relativ lang zusammen. Ja, kann man so lang. Für das Alter? Nicht mehr normal heutzutage, leider. Nö. Ey, wenn ich mal wüsste, wo der Bray ist, dann würde ich auch den Schiff noch. Ah, da ist der. Äh, der schießt jetzt erstmal mich ab. Weil er Minderwertigkeitskomplexe hat. Hm. Ja, was ist mit ihm? Ey, probier du ihn nun abzuleint, okay? Äh, ja, okay. Ich geh jetzt los zu ihm. Er schießt das nicht. Er schießt das nicht. Es ist der letzte. Ja, aber er kann auch gut austeilen, ist das Problem. Er ist cracked. Hab ihn. Jawohl, episch. Ich hab doch gesagt, wir holen episch, ne? Ich hab ihn mit der MP gefühlt über die ganze Insel gehungelt. Ich hab's euch versprochen, wir holen den Sieg heute. Und sogar mit dem ersten Anlauf. Oh, Mist. Ja komm, dann geh. Oh nein. Danke. Oha. Ich kann nicht mal das Boot fahren. Ich wollte grad ganz normal geradeaus fahren, ich fahr gegen ein Bootshaus. Mark bewerten mal bitte mal eine Kombination, wenn du kurz Zeit hast. Ja. Nicht schon und nicht doppelt schön. Also nicht schön und doppelt so nicht schön. So, ja. Uff. Ich hab ihn nicht mal gesehen, man sagt so weit. Ich bin nicht schlau. Ich mach nächtiger an. Genau. Mago, du hast dich übergekriegt von dir. Ja. Du wirst gestoppen? Ach so. Du bist gestoppt. Nein. Ich bin noch nicht gestorben. Ach so, stimmt. Aber ich werde jetzt bald sterben. Ein magst du? Ich dachte, weil er auch einen roten Skin hatte, dachte ich gerade. das ist. Einfach mit Spider mit langsam. Alter, ich hab die Gepickext. Als ob. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab nicht geschlossen. Kannst du mir selber nun geben? Denkst du roter Ritter? Ritter. 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 Okay, jetzt hab ich nur noch fünf Schuss. Wo ist der denn? Wo schieß der denn? Da. Okay, warte, ich brauch snap-um. Hast du snap-um? Hey. Ich brauch snap-um. Hat jemand snap-um? Ja, komm her. Dankeschön. Jetzt hab ich... Mh... 10. 30. Wer hat denn Woll? Ähm... Ey, mein Inventar ist so viel episch. Ich hab genau so viele Kills im Gegner Leben erlebt. Mhm. Echt? Ja, Stück. Nur ein Stück? Eigentlich leben ja jetzt nur noch... Ich hab Mama! Ey, ich hab so viel Kills. Minus 4. Neun Minus 4. Okay, okay, wir müssen das Lama holen. Komplett kommt. Krieg ich dann noch so an? Auch das Lama nicht genau so gönnen. Ah, natürlich. Ich brauch Mama. Ich renne hinterher. Wer helfen Sie nicht? Wer ist jetzt weg? Das ging schneller als gedacht. Jo. Und vermisse ich so. Aber ich krieg die Schlapp dran. Ja, das kannst du haben. Ich hab sowieso ein normales Splashes. Okay, dann nicht. Also, ich bin noch voll. Ja, ich weiß. Ich hab mich trotzdem abgefahren. Oh, ich muss jetzt sein. Nicht ins Step. Ey, was? Ich hab auch noch Grüne noch. Okay, da sind die letzten vier. Also, muss da eigentlich kein Problem sein. Ja. Ja, nur noch zu viel Verständnis. Ja, das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da drin noch. Da sind überall welche. Okay. Halt dich hinter dir. Wir sind zwei Stück hinter dem. Ja. 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 Jawoll. Zwei Siege hintereinander. Wollte mich treffen. Ja. Ja, mit mir läuft das halt nicht. Ja. Ey, zwei... Flo, zwei Siege hintereinander! Wir! Was? Was ist das? Eine Erneuerung? Ach nee. Das kenn ich doch gar nicht. Ja, es ist schon mal so, dass die auch schon bei solchen Sachen immer auch noch was mit reinhauen. Oh. Das kenn ich doch gar nicht. Das hat dann doch auch noch gedacht. Ist das noch was? Aber das sieht ja noch besser. Das wird ja noch besser. Das wird ja nicht in Ruhe. Ganz ruhig. Na komm gut, braun sich. Ja. Ja? Ja. Ja. Ne, dann ist es hier der hier. Aber welcher ist es jetzt? ganz ruhig ja es war aber sowas als erster als erster ich bin sogar erster geworden also dem muss auf jeden fall im highlight lassen die kreis nicht gebacken Ah, jetzt einer, noch einer. Jetzt ist es vorbei. Ist entweder der schwarze oder der rote? Ja, der schwarze. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Hier ist der Taschenburgis. Da sind zwei in der Taschenfestung. Ja, jetzt ist ein Granat nicht schlecht. Ja. Ich habe hier welche sind. Bitte? Ich werde mich einmal mit das Aufkönnen abschießen. Hier kommt noch einer. Oh mein Gott, Alter. Einfach die besten, Alter. Lara, dann. Hier ist auch eine Krone. Kriege ich die? Kriege ich die bitte? Erst verschenkst du deine und dann wird sie eine Krone haben. Genau. Das kann ich dir nicht. Ja, weil er denkt nie an den epischen Sieger. Ja, weil wir so oder so einen epischen holen werden, weil es noch ein Bus ist. Ja, ist nur noch einer. Lass mal den mit dem Bus überfahren. Ich habe acht Kills. Ich habe zwei. Ich auch. Ich will ihn holen. Hier schießt er doch schon irgendwo. Echt? Wir haben gerade geschießen. Irgendwo schießt er doch schon. Ach, Mensch, Lara, dann machen wir das zu zweit. Was? Ja. Dann machen wir das zu zweit, wenn die nicht einsteigen. Ah, Reboot. Nein. Er ist doch besser. Mann, was für ein Scheißspiel, Alter. Aber der hat nur einen gerebootet. Hä? Da schaffen wir es schon zu zweit. Wir sind gut. Ja, hier irgendwo. Man, ich will ihn schnippen. In welchem Bus kämpft der Junge? Hier wurde geschossen. Ich glaube, da ist ein Busch, oder? Hier ist keiner. Hey, wie sind die dann so schnell weggekommen? Ja, die sind bestimmt da im Feld drin. Ah, ja, ich höre sie. Ja, einer grippelt gerade. Ja, da sind sie. Da ist der noch. Da ist der noch. Da ist der noch. Da läuft einer. Witz. Wow. Marc, komm. Ja, ich bin auch so. Na, 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 na. Das war der Rebootete. Der weiß es. Der nächste ist vor mir. Kommt auch im Busch, der Junge. Ja, der ist drin. Das ist die Querk. Let's go. Mit 10 Kills war das ich diese Hunde. Ja, die Hälfte hat gestoppt, aber egal. Ja, ja, ja. Ein Geschenk, wenn mein Vater einpackt. Warum musst du immer so viele Kills machen, Gordon? ich habe meine krone wurde er geholt hohe mit 2 gut schluck er kommt ins westland ja schon und ich war schon mal drin ich werde schon auch dran es war noch niedrig doch ich glaube du war es auch schon drin der buchte so gut fragt ihn weil er gut ich werde ich mit der anlegen verarscht mich nicht du hast du dieser keck alter von johann da war noch mit nebel hallo ja wo denn da geradeaus durch die zonen geht ja schon los er wusste er denn jetzt alle hinten hat ja er hat da hinten bei dieser gebäude gelaufen das ist genau nicht ist ja niedlich schenke ich den win ja das war es 25 kills meine freunde schön ich habe null feindlich aber sieben assist das ist ich habe meine Alarm 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 es kommt keiner von weil wenn man zählm ist dann nimm mal dann Meine Krone. Dankeschön. Ich hab ihn mal eben getötet, ne? Nur so, was fragst du? Ich höre eh keinen Sound von dir. Oh, ein Looper wurde mir geschenkt. In meinen Arm. Alarm! Oh, ein goldener Rabe. Hier sind zwei Schuss in Gold. Sie ist mit runter. Ne, ich guck mal, wo der Richter gerade ist. Ja, okay, ich mach dir. Er hat 132 von mir. Mann! Es sind noch mehr. Aber... Habt ihr einen? Ja, bevor er dich tötet? Ich warte alles im Glück. Nein! 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 Alarm! Ich habe keinen Thuc, ey! Möwe, b be-ui, enw USD 2. Ist jetzt glaub ich schon die3. Markierung. Viere. markieren sogar so dann geht es jetzt auf zu folge ich habe noch einen getötet ich habe zwei leute das letzten zwei ja auch dahinten da sehe ich aber kein und wo da haben die geschossen die sind in der tunnel da drin nee da sind die der eine ist in dem fischrestaurant da auch 58 noch mal 58 hast du den genockt? nicht ganz aber der hat mich fast der hat einen 95er headshot der ist immer noch hinter dem stein aber ich habe hier fast nichts mehr an hatten ich muss einfach gucken dass ich mich hier halten kann das läuft da oh double 95er headshot der eine ist knock der andere ist rechts irgendwo auf der anderen seite diese waffe ist so unfair ne der war rechts irgendwo der andere der letzte bei der tankstelle war der der andere hielt sich der wird hochgeholt der ist über dir jawohl episch ja mit einer epischen mit einer mystischen schrotplinte sollte das ja alles machbar sein müsste aber passen eigentlich die der diese das die das 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Perfekt. Jetzt kriegt der Mitschen da hin. Jungs und Mädels, das ist 2.2.20. Der Schick weg! Jawoll, Alter! Ich weiß nicht, wo die sitzen. Deine Karte ist ja bei dem Sturm drin. Ne, wenn du denkst, vor dem Sturm eigentlich. Ja, ist eh kein Reboot mehr. Ne, von daher lohnt es eh nicht. Das stimmt schon. Ah, es lebt nur noch einer, sag's doch. Es lebt nur noch einer, also könntest du das schaffen. Ah, danke. Hätte ich nicht klar. Wusste ich nicht. Ja. So dass du mich hast. Der ist ja ganz oben auf dem Berg, gell? Da jetzt her, ich hab ihn da hüpft gesehen. Der ist high ground. Ah, ich seh ihn. Ich auch. Ja, der ist vorhin da hinter der Hütte. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich auch. Der hat sich auf jeden Fall eine gute Position gesichert. Mhm. Aber die Frage ist, ob er... Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ob er dich gesehen hat bisher. Ja. Zumindest weiß er es jetzt. Ja, das ist immer eine gute Deckung. Was hast du denn da? Wir bauen Burgen. Oh, das bringt ja gar nichts. Boah, ich treff nichts. Hm. Na, es hat schon mal ein bisschen getroffen. Ja. Oh, oh. Ich will jetzt pushen. Ich will einfach erstmal alles abflammen da. Ich will einfach erstmal alles abflammen da. Na ja. So kennt man mich heute einfach. Mein... Ich denk, mein Fuß läuft. Na, wenn der Fuß geht, wär auch okay. Ha. Lustig. Ich... Ich habe nur einen Schuss. Nein. Und was? Oh. Hat jemand das Neukommen? Ja, ich... Ich habe 49 Schuss. Ja, einem 1. Wo schießt er denn? Ja, du Schuss. Mein Spiel da gerade ist. Das ist der letzte. Boah, ich kann nicht meinen Kill-Rekord in deinen Stream sprechen. Ich hab 24, ich kann wieder nur 25 machen. Was denn das ist ne Kacke? Tja, es tut mir leid. Der eine wurde mir auch eben abgestaubt, dann hätte ich 26 irgendwie. Paul? Wo ist der? Ist eigentlich auch egal. Keine Ahnung, aber falls er da in der Hütte ist, wird's ihm jetzt warm. Ne, das ist gleich nicht so weit. Ah, der ist da aber. Guter Korin. Da hinten. Was? Zwei? Das ist einer. Kannst du bitte zählen, richtig? Null, episch. Hä? Ach Mensch. Sind's doch nur die 25. Mein 26 Star Sieg. Er sieht mich, ich seh ihn nicht. Das ist wieder Fortnite. Ah. Ah, es ist über hier. war da richtig übel. Vorsicht, da kommt noch einer. Hallo. Perfekt. Hallo Tim. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Oh. Puh. Ja, das ist tatsächlich noch geschafft, ey. Die Sonne kommt. Wir leben, wir macht gar keinen Sinn, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn, aber wir leben. Und es sind zwei Gegner. Ja. Die brauchen Heilung. Ganz wichtig. Also, sowas von. Was ist das? Du hast du viel zu. Minis habe ich ja, aber alles andere fehlt mir. Oh, da sind Bären. Das ist gut. Das könnte uns ein bisschen helfen. Ich seh sie, da vorne. Warte, ich gucke. Oh, es sind Bots, es sind Bots, wir haben gewonnen. Ich hab' ihn durch die Beine geschlossen. Hä, das muss man aber auch erstmal können. Ja, das ist cool. Der nächste Episch. Da bekommt jemand beim schneiden wieder richtig viel zu tun. Ja, das hat noch über drei Leute schon erheblich kleiner gehabt. Wie heißt er denn auf Discord? Wie heißt er denn auf Discord? Wie heißt er denn auf Discord? auf Discord? Ja. Äh. Äh. Hilfe. Die Turbo. Hilfe. Ach man. Ah. Ey guck mal. Guck mal. Die schwebt einfach weg. Die Chess. Ähm. Warte. Ich denke auf dem Weg. Ja. Schaut auch zu. Hier sind wieder eine Pampers für die Handel. Hallo MC Rossi Fan 2003. Wer ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Aber ich find's lustig. Kann man sich auf Twitch zweiter Konzer stellen? Ja, scheint so. Das wär super. Aber dann könnte ich ja immer mal streamen gehen und mir die Timeler für die Affiliate für die Affiliate. Wieso brauchst du gar nicht? Du brauchst einfach nur dir selber zuzugucken im Creator Dashboard. Ja. Und dir dann nochmal einen Tab aufmachen. Und dann könntest du dir nochmal auf dem Handy gucken. Dann hast du zwei Zuschauer. Ja. Ich glaube es ist gut offen. Ja. Ich hab nur ein Account. Das heißt. Das hat gar nichts mit mehr, mit mehreren Accounts zu tun. Das hat damit was zu tun, dass du auf zwei verschiedene Geräte dir zuguckst. Ist glaubst du jetzt Sörn oder ist das nicht? Ich brauch nur diese eine Antwort, Mensch. Schaut, bist du jetzt... Äh... Ja, 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 ja. Wer bist du denn jetzt auf Discord? Ich hab immer durchdringlich einen Zuschauer. Das ist kein echter Zuschauer. Ja, ist er, schreibt... Ja, das hab ich auch... Ja, er ist der Sörn. Schreibt er gerade. Ja, da wurden gerade zwei Leute vom Sturm erfasst, ne? Das ist der letzte. Ja, es kann halt wirklich sagen, dass... Das ist ähm... Dings... Hier. Ja, ist der letzte. Oh! Oh! Hier. Wo darf er... Da wurde er dann halt vom Sturm getötet. Ähm... Mit hardcore Ultralex. Hab ich auch noch nie gesehen. Bereit? Und sogar mal ne Krone geklaut.